Willkommen zurück! Die! Kleiner Save zwischendurch. Na, wie sexy! Mein Gott, wie schwer der doch ist! Too easy! Grüß Gott! Ah, du nervst! Böser Vogel! Arsch! Verdammt! Das lass ich nicht auf mir sitzen! Hä? Hä? Ist das jetzt ne andere Level? Was? Nein, 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 das seh ich aber gar nicht ein. Gut, dass ich hier gespeichert hab. Die! Machen wir einen kleinen Speichern wieder. Machen wir wieder einen kleinen Safe State Abuse! Oh fuck! Fick, quack, quack! Fick, quack, quack! Verdammt, jetzt hätte ich's fast geschafft! Dammit! Bäh! 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 Und wenn ich mir denk, dass ich jetzt dann auch raus muss! Bäh! Ja genau, ungefähr so wie das Schwein! Ich seh eine Brust! Ai, 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 ai! Verdammt! Scheiße, 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 scheiße! Oh neee! Fuck, 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 ey! Ha! Brathähnchen! Tod! Entschuldigung! Ich hab grad etwas ungünstig gespeichert. Kommt noch was! Lachende Münder! Kenn ich die nicht noch? BTF! Shoot! Tu ich doch! Oh Gott! Das ist cool! Fuck! Schaut aber eigentlich sicher nicht so schwer aus, das... Ding! Gib mir Guse mit dem Zuge! Blablablabla! Ah! Nein! Komm schon! Pff! Das ist wie ich hab'n Goldzahn! Da hani, hinzudududududududududududududududududududududu! Hahe好好! Haha! Victory! Was!? Oh! Das bist du so der A Duchant! Was zum Teufel war denn das schon wieder... Ach so! Oh, die schießt auch mit Power-Ups. Oh. Ich soll mal aufpassen, was ich mach. Verdammt. Ich bin abgelenkt. Oh, ich kotze. Ich will die jetzt besiegen. Save-Straight, das heißt, dass ich die Save-State und Load-Abuse mach. Und ich seh diese scheiß Pfeile nicht. Sehr schön. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hallo? Bleib mit deinem Scheiß-Strahl, oder was das ist? Ja, genau. Los, weg von mir. Hammer, das sah Kallasse aus. Victory? So, schon besser. Na, das kennen wir ja. Ich seh das Popolo von dem Pinguin. Und ich hab eine... Und ich hab... Oh, wenig Zeit. Äh... Was ist denn das überhaupt? Ah, Pferdchen? Fuck. Plus 10 Sekunden. Was zum Teufel? Tanzende Schweine? Was soll's. Ich hab hier eh schon so viel gesehen. Oh mein Gott. Ah! Ah! Oh ja, oh ja, oh ja, na das wird was. City jetzt in Russland. Boris, du hast mich enttäuscht. Hey, du Scheiß. Goodbye. Ich shoote ja, ich shoote ja. Muar. Ich mach jetzt hier wieder ein bisschen ein kleines Safe-State-Abuse. Weil, ich find, das mit den Waffen hier gerade vollmäßig praktisch. Uah! Hu 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 hu. Huh, na super. Ugh. Hui hu 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 hu. unaaaaaaa. Die Aura kommt immer wie gerufen, das ist perfekt. Uah! Dieser Schweine, da sind's so super. Ah, das ist... Hat mich wahrscheinlich überfallen, der Kerl. Oder verraten. Jetzt verstehe ich schon. Ha! Sehr schön. Keine Power-Ups mehr. Aber ich bin groß. Na, komm. Achso, langsam wird's ein bisschen viel. Wuhu. Warte mal, wo hab ich ihn gespeichert? Na gut, machen wir's immer so. So lasse man mich in Ruhe. Gottes Willen. So. Weiter geht's. Oh weh, das wird noch böse, glaub ich. Fuck. Was, live ab? Geh weg, geht alle weg. Danke. Fuck. Eieieiei, das erfordert ja voll die Konzentration. Dammit, dammit. Wo komm ich denn raus, wenn ich das jetzt machen muss? Sonst lade ich nochmal. Ah, das Spiel macht mich kaputt. Ja, ich weiß. Ähm, wo ist das jetzt genau? Ach, ne, da lade ich ja lieber nochmal. Das ist jetzt. Praktischer so. Oh. Wuhar. Safe. Huh, huh, huh. Ich bin gerne Aura. Shit. Ich werde das doch wohl hinkriegen. Komm. Schnell. Sehr schön. Huh. Geht's noch? Hallo? Ihr könnt mich mal. Wie soll ich denn da durch? Ne, sorry. Ich muss jetzt ab und zu mal ein bisschen laden. Wie soll ich denn da vorhin durch? Na. Hört doch mal auf. Was denn jetzt schon wieder kaputt? Ah, die Aura. Ich glaube es ja kaum. Safe. So. Okay, das wird krank. Wow, 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 wow. Fuck. Oh, fuck. Was ist denn das? Ein Big Bang? Hammer. Na gut, ich speicher mal. Ich bin gegen irgendwas geprallt. Die Zeit läuft nicht mehr weiter. Ich bin gegen was. Ich bin gegen was. Ja. 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 Oh. 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 Ein. Knackpo. Grüß dich. Bist du mein nächster Endboss? Goodbye. Oh. Oh! Oh! Haha! Verdeckte Brüste! Ah, ich hab's durch. Okay. Auch recht. Es ging sogar noch schneller als Gokuyu-Parodios. Aber was soll's? Fuck it, ich fand's witzig. Ja, das könnte ich sein. Schaut genauso durchgeknallt aus. Ich möchte nicht wissen, was die beiden da machen. Ah, praktisches Raumschiff macht mal lecker Sushi. Da fällt mir ein, ich hab noch nichts gegessen. Was soll's, ich muss dann später hier raus. Ja, aber das war, wie gesagt... Sexy Parodios. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's eigentlich ganz spaßig. Die Bosse waren ziemlich witzig. Musik auch. Da ist er wieder mein Pinguin. Hiiii! Grins! Und er hat sein Geld wieder. Ja, das war's. Und ich sag mal, wir sehen uns bald wieder, denke ich. Also dann, lebet wohl! See you next time. Bye. I'm going to show you next time, guys. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.